Wir haben die Atmung aufgerüstet. Man wird gefördert vom Haus, vom Betrieb und man wird unterstützt. Ich heisse Wladimir Stujkovic und ich bin Fachexpert für Intensivpflege mit der Zusatzaufgabe als Teamleiter hier auf der IBS. Wir sind ein recht junges Führungsteam und dementsprechend bin ich der Meinung, dass wir am Team sehr nahe sind. Man hat die Möglichkeit auf der Führungsebene Weiterbildung zu machen, einen Leadership-Kurs. Das ist sehr, sehr vorbildlich, wie das hier das Land anbietet. Grundsätzlich kann ich nur eine Werbung dafür machen, für Intensivpflege allgemein oder speziell für unsere Intensivstation, weil wir in diesem Sinne so viel zu bieten haben. Wir brauchen dich, bewirb dich doch jetzt!